wieder einmal herzlich willkommen zu meinem youtube-kanal anders denken diesmal möchte ich ihnen ein buch vorstellen dass es eigentlich gar nicht gibt gehen sie mal rein unter die krebsmafia von oliver schrö und niklas schenk lübbe verlag da steht da null ergebnisse dann gehen sie bei amazon rein steht da auch null ergebnisse ich werde mal sehen ob sie am ende raten warum es da überall null ergebnisse gibt die krebsmafia ist ein sehr interessantes buch dass wenn sie dran kommen können sich besorgen sollten ich zitiere mal so einige beispiel und erkläre etwas dazu fast jeder niedergelassene onkologe halte die hand auf sagt jevens jevens ist einer der zeugen der selber mit beteiligt war woran werden sie noch sehen dann macht er eine anschuldigung die mich erschüttert manche onkologen onkologen sind die krebsfachärzte würden sogar so weit gehen mehr zu verschreiben als medizinisch nötig für den profit ich muss an kurt denken kotzen haarausfall schmerzen kurt war wohl sein freund meinen sie damit dass gesunde patienten chemos kriegen die gar keine brauchen oder sterbende patienten denen sie nicht mehr helfen die erleben doch brutale nebenwirkungen onkologie ist ein diffuse instant intransparente wissenschaft soziert jedem ärzte haben viel spielraum naja ich gehe mal weiter und erkläre dann wieder etwas dazu sobald klar war dass ich mich als onkologe niederlassen will kamen alle paar tage pharma händler zu mir die sagten wir bringen ihnen patienten wir verschaffen ihnen graz ihren facharzt jetzt bei uns wo sie zwei jahre mietfrei einmal hat mich der besitzer einer berliner apotheke zu sich eingeladen wir saßen ein türmchen zusammen von da kommt mein reichstag sehen der sagte mir noch eben ein paar an wo dem hat man noch eben ein paar angebote für meine praxis skizziert er würde mir 150.000 euro für personalkosten und miete im ersten jahr geben genauso viel würde er vorschießen um ein facharztsitz als onkologe zu kaufen im gegenzug sollte ich bei ihm die medikamente beziehen ich habe ihn gefragt darf ich das mit stenografieren wir sitzen ihr nähe des reichstags sie machen hervorschläge wie die mafia das würde ich ja gerne mal weiter erzählen da ist er aufgesprungen hat mich rausgeworfen dieses gespräch hat nie stattgefunden ich war fassungslos auch dazu ein kleines beispiel dass sie hier bringen da ist eben auch ein patient der ist von seinem krankenhaus ist von seinen ärzten beraten worden dass man eine operation machen würde und dann plötzlich steht eine andere ärztin vor ihm die er gar nicht kennen die sagt ihm ja er hätte nicht mehr so lange zu leben aber man könnte das leben verlängern durch chemotherapie er redet sie redet auf ihn ein redet auf ihn ein mehrere ärzte haben hinterher das beurteilt die röntgenaufnahmen das ct also computertomogramm und meinten eigentlich hätte man höchstens viermal eine chemo machen müssen und dann noch mal ein ct machen weil das gar nicht sicher ob das metastasen auf dem bild waren nun diese gute ärztin hatte mehrere hunderttausend euro als darlehen bekommen von der entsprechenden apotheke darlehen ist natürlich so ein bisschen immer die frage muss man es auch zurückzahlen nein man muss vor allem in erster linie mal dafür sorgen dass die apotheker aufträge bekommt ob das ein einzufall notwendig ist eine andere frage sie ahnen vielleicht schon worauf es hinausläuft öfter als bisher verschrieben onkologen chemotherapie noch im letzten monat in der selben zeit hätten ähnliche studien zweifelsfrei nachgewiesen dass genau das unsinn ist es ist nicht nur unsinn es erhöht gewaltig die qual im sterben skrupellos dieses vorgehen noch skrupelloser übrigens ist das was jetzt demnächst kommt also erst noch etwas über unsere regierung in der regierungskoalition geben sich die experten öffentlich mühe einig zu wirken in wirklichkeit überspaltet der kampf gegen korruption bei ärzten apothekern die große koalition ist übrigens noch gar nicht lange her das buch ist ende 2017 geschrieben die spd setzt sich nachdrücklich dafür ein die cdu zaudert für die cdu agiert im bundestag als fachpolitiker ein spitzenfunktionär der ärzteschaft seinerseits oberarzt der abgeordnete rudolf henke er sitzt im vorstand der bundesärztekammer und im vorstand der ärztegewerkschaft marburger bund außerdem ist der präsident der ärztekammer nordrhein naja das sagt ja auch schon einiges nicht ich halte ja von den brüdern nicht viel noch etwas bakterienkulturen wachsen hervorragend in glukose auch deshalb ist die haltbarkeit der fachinformation so strikt eingeschränkt der apotheker hat auf der spritze aber nicht etwa eine haltbarkeit von acht stunden vermerkt sondern eine von 14 tagen jetzt die patientin ich habe oder oder eine helferin war das ich habe das medikament bei der apotheke reklamiert und die hat wiederum die aok eingeschaltet was glauben sie was dann passiert ist fragt mönighof die aok hat mich auf vor das medikament trotzdem zu verabreichen gut die spielt übrigens auch eine sehr unrühmliche rolle die aok bei diesem apotheker der gegen dieses war das verrate ich noch nicht gegen einen ganz bekannt apotheker der sehr reich geworden ist millionen gemacht ist im hamburger raum dieser apotheker hat auch zum beispiel sehr gut scheinbar mit der gesundheitssenatorin in hamburg zusammen gearbeitet die auch eine unrühmliche rolle bei der ganzen an der gelegenheit gespielt hat der hat eine ganze menge krumme sachen auch gemacht aber für der nicht dem maße belangt werden konnte weil tötungsgelikte kann man nicht so einfach nachweisen man weiß ja nicht ob einer auch ohne chemo gestorben wäre oder im medchem oder wie auch immer kann man hinterher nicht nachweisen aber da kommt gleich mal was so viel wirkstoff hat die ärzte ihren patienten in summe verschrieben die dreifache menge hatten sie abgerechnet peter stadtmann muss die wirkstoffe die er eingekauft hat auf mehr als das dreifache gewicht das ist der apothek aus potrop der verklagt wurde gedreifach gewicht gestreckt haben bis zu 70 prozent der antikörper hat der musma mutmaßlich einfach durch kochsatzlösung oder glukose ersetzt wirkt das natürlich gar nicht aber man macht riesengeschäfte damit wir nehmen so ist eigentlich mord ich weiß es nicht mord ist es nicht tötung kann man nicht nachweisen dann wie gesagt weil dabei weiß man nie wer stirbt wer stirbt nicht da gibt es nämlich ein untersuchen die ich habe ich in meinem buch erwähnt und zwar in dem buch fragen woher weißt du wer du bist als auch fragen sie nicht ihren arzt oder apotheker mit chemotherapie überlebt bei dem durchschnitt 36 monate ohne nur 33 monate das sind die durchschnittswerte da frage ich mich lieber ob ich nicht besser ohne chemotherapie 33 monate leben noch manche leben natürlich länger und werden alt damit ist klar aber manche leben auch ohne chemotherapie länger jetzt kommt noch etwas bei dem beutel aber schäumte gar nichts sie öffnete gummi stopfen das ist die die den transport machte und auch von ahnung hat über den der wirkstoff in die vom beutel anfang enthaltene kochsatzlösung eingespritzt wird diese injektion hinterlässt immer eine kleine narbe gummi aber in diesem beutel gab es keine narbe das hieß dass diese beutel nichts eingespritzt worden waren auf dem infusionsbeutel steht der namen der patientin und der angeblich enthaltene wirkstoff und die konzentration statt in die apotheke zu fahren war maria klein einen umweg sie gibt den beutel bei der polizei ab die wand man die beamtbeschlagnahme beutel und reichen ans paul ehrlich institut weiter das bundesinstitut für impfstoffe und biomedizinische arzneimittel nach einem monat kommt das gut acht zurück in dem beutel war kein wirkstoff nur kochsalz ist das eine tötungsabsicht aus profitgieren wie wollen wir das eigentlich nennen da habe ich dann noch am schluss etwas liebeck das medikament mit dem novartis 50 milliarden dollar verdient hat und das für mehr als 100.000 dollar pro jahr verkauft wird kostet unter 160 dollar pro jahr in der herstellung also 100.000 dollar verkauft 160 dollar in der herstellung und da sind schon 15 prozent gewinn mit eingerechnet herzeptin verkauft für 54.000 dollar pro jahr herstellung 242 dollar das hepatitis medikament sovaldi verkauft für 84.000 dollar bei zwölf wochen therapie dauer kostet kein 140 dollar für die vollen zwölf wochen das hat jetzt nichts das hepatitis medikament hat jetzt nichts mit krebs medikament zu tun aber wir sehen einmal wie die farmindustrie verdient wie ärzte bestochen werden wie ärzte medikamente verabrechnen gar keine sind es zum teil sogar wissen wie nennt man diese ärzte eigentlich und wie viele von denen kann man einem onkologen überhaupt noch trauen sage ich ganz offen holen sich wenn sie mal selber krebs haben holen sich die diagnose rennen sie erst mal weg und gehen sie zur nächsten klinik möglichst weit weg wenn sie glück haben treffen sind onkologen der ehrlich ist sicher bin ich mir da nicht mehr bei diesen brüdern dankeschön fürs zuhören